Kennst du die Nordrall aus dem Arn? Kennst du den Grund für den Mordmannen-Zahn? Klar, hier saß er aus unseren Zählern Geld, die reife Weizen wären aus dem Fass, da muss er dresen, damit wir schlacht und sie bewiesen. Wie, 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 wie oh! Wie, 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 wie? In nagend tiefem Nebel Wo die Mann herrigerab segeln Auf all den Kampfejegsten schwingen Nach der Jagd und der Feuer singen Die Hörnach und die Juppeneben Der rét, der ist ein Asensägen BShark Abwehr B-B-B-B-B-B-B-B-B-B service Alod Das war's für heute. Das war's für heute.